so liebe freunde ihr seht ich habe den smoker an habe mich am flugloch schon angemeldet jetzt fressen die sich ein bisschen voll mit honig weil sie glauben dass der wald brennt und jetzt machen wir mal kurz die beute auf lichtdickel runter stockkarte runter jawohl das schaut doch super aus das futter wurde sehr gut angenommen wir legen jetzt gleich neues futter drauf das waren jetzt knapp 800 gramm von dem api in wert futterteig jetzt nehme ich den dampfer den smoker soll mein stockmeißel vergessen jetzt kommt aber in der bewegung rein so geht schön nach unten ja einwandfrei einwandfrei jetzt bekommen sie den neuen futterteig deswegen einfach mal dahinten hin ihr seht die bienen sind alle schön nach unten gegangen der futterteig ist natürlich ein bisschen hart der war hier im garten aber das macht gar nichts die süßen werden ihn trotzdem nehmen jetzt gibt es hier auch holzdeckel die sind hier drinnen ein bisschen höher da würde dann der futterteig auch besser unten drunter passen aber ihr seht der passt auch und der seite her ist es jetzt schnell und schmerzlos von statten gegangen super da hätte man das volk 1 aufgefüttert mit knapp 800 gramm bis zum